ach eigentlich nix dann kaufen wir uns noch hier ein kaufen wir uns kaufen wir uns für einen der sieht scheiß aus nicht der sieht ganz heiß aus eigentlich hier nehmen wir im schwarz die farbe gefällt mir nicht näher wobei nehmen wir den so so dann kriegen wir den und da steht er schon hier steht der war geil nein das ist natürlich der andere glaube ich zumindest was überhaupt für ein ziel was soll ich für ein ziel erledigen ich erledige überhaupt kein ziel hier so der andere wagen der muss ja im moment kommen er spawnt ja jeden moment hier wir können aber mal ins haus gehen gucken wir mal da wie es da so aussieht würde ich mal sagen so sieht ja ganz gut aus und riesen fernseher schöne küche erstmal ein whisky trinken brust so der war lecker so so flasche zu affe tot deckel zu so dann fangen wir mal unseren neuen wagen hier dann würde ich sagen düsen wir mal ein bisschen mit dem neuen jetzt bin ich rausgegangen ok gehen wir halt wieder hier rein hallo sagt bloß da kommt man nur übers haus rein schönes haus mit schön vielen häusern so hier kommt man jetzt zur garage denn hier bin ich mein schlafzimmer so kommen wir denn her hier oder da garage betreten das habe ich gar nicht gelesen eben überlesen so oh da steht da boah geil geiler wagen boah nice geiler wagen mit dem fahren wir jetzt mal wo kommen wir denn nochmal hinfahren gibt es noch irgendwas neues zu sehen weiß ich jetzt gar nicht oh der geht aber auch ab alter geht der ab junge alter schweiler geht der ab boah geiler wagen ja man oh wir fahren die gerade nicht mit dem golfplatz ja der geht aber richtig ab man geiles auto boah der gefällt mir ja richtig gut was soll das für ein echt für einer sein weiß ich gar nicht wenn ihr es wisst schreibt es in die kommentare bitte so wir können unsere neue waffe mal eben testen wo wird die sein hier hier ah hey du bauer tschau die geht richtig bauer guck ob ich die jetzt noch treffe da boah krass die geht immer noch kaputt tut kriegt er noch ne oh oh da kommen die bullen die zwei weg hier kriegen ich sowieso nicht mit meinem auto z lasst gehen wir die 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 haben wir jetzt die 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 Ich kann gerade nicht an mein Handy, ich habe es aber auch nicht hier. Wo fangen wir es überhaupt hin? Gibt es irgendwie neue Missionen oder sowas? Habt ihr Lust aufm Rennen? Wollte da wie einer golfen? Nee sorry. So, machen wir mal eine Mission. So. Ach, ich bin hier mit den... ...Scheri-Scheri ist jetzt nämlich ins Wasser gefahren. Kacke. Ich mache jetzt eine Mission. So. Krass. Jobbeiträge, komm machen wir an. Ein Rennen. So, ein schönes Rennen. Da habe ich jetzt Lust drauf. So. Aber das mit dem Feuerwerk war schon geil, Leute, ne? Schönes Rennen jetzt noch. Also, wen es interessiert, ich nehme jetzt am 17.07. auf. Um 21.34 haben wir jetzt... Oh, guck mal, das sind ganz schön viele. Radio mache ich aus wie ein Gamer. So, komm, startet mal hier. Immer dieses lange Warten, ne? Sitzung wird gestartet, alles klar. Welches Level bin ich eigentlich? 65. Oh. Ja. Was nehmen wir hier? Hm. Turismo. Mal nehmen wir den, ne? So. Kann. Ich weiß gar nicht, wo mein Bugatti und alles ist. Naja. Die sind eh schneller. Boah, was ein Wagen. So, die werden eh gewinnen. Aber man kann ja mal ein Rennen mitmachen. Ey, wenn die rammen, sind das Arschlöcher. Oh, Pisser. Oh, Pisser. Du Pisser, Junge. Kriege ich noch. Haha. Auf jeden Fall gebaut. Haha, ich führe. Scheiße! Ich bin ja ganz falsch. Ich bin ja ganz falsch. Falsch gefahren. Ich trottel. So ein Mist. Oh, die machen die noch einen Unfall. Ja. Der fährt erstmal schön runter. Sauber, Junge. Der hat sich jetzt auch gescheckt. So. So. Wie viel Wunsinn das denn? Nee, man musste da jetzt runter. Alter. Wo bist du da jetzt? Alter, du Spasti. So. So. Yeah. Yeah, mein Lamborghini geht ganz schön ab. Das hat halt ne geile Beschleunigung da. Mein, äh. Äh. Lamborghini. Weil so wenig Position drei von drei. Einer ist da noch hinter mir. Verstehe ich zwar nicht. Aber naja. Der hat nen Unfall gebaut. Komm hin Schatten, Junge. Alter, hat der Glück. Yes, 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 yes. Sauber. Nein. Nur der hat das Spiel verlassen. Sauber. So, wir haben gewonnen. Äh. Natürlich nicht. Zweiter sind wir gewonnen. Aber immerhin. Wir sind am Ende noch ganz gut gefahren, fand ich. Na, wenig Geld. Naja. Ist okay. Oh, ein Amerikaner. Hat mir gefallen. So. Kann man den noch so machen. Topfand ist eigentlich einfach sehr geil. Wobei, jetzt haben wir ein Rennen gefahren. So. Also. GTA Online. Wir präsentieren neue Western. Hm. Nicht schlecht. Haben schon viele neue Sachen gemacht. Also, ist echt toll. Neu. Schon nicht schlecht, was die alles gebracht haben. Neu. Muss man erstmal machen, ne? Aber, so ist das, ne? Neue Fahrzeuge. Neues Flugzeug, glaube ich. Ja. Oh. Nicht schlecht. So, wie lange lädt das denn? Also, die Ladezeiten haben sich auf jeden Fall noch nicht geändert. Die sind immer noch so. Langsam. Oder so lange, eher gesagt. Die Ladezeiten sind sehr, sehr lange. Aber wir haben ja Zeit. Sorry, ich geh'n gerade. So, jetzt hab' ich zu Ende gegant. Hey, Kollege, gib mir mal dein Auto. Danke. So. Ich kann ja eigentlich mal auf den Flughafen fahren. Ich seh'n hier direkt. Na, hier sind wir schon da. Alter. Gemeins crossed. Mal.